Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal The House of Da Vinci 2 ist es geworden. Welch Überraschung, nachdem ich ja vor kurzem erst Teil 1 gespielt habe. Aber der erste Teil hat mir schon so gut gefallen und ich habe euch ja auch bei der letzten Episode dann gesagt, dass ich wahrscheinlich den zweiten Teil auch spielen werde und nun ist es soweit. Ich bin gespannt, ob es genauso gut wird wie der erste Teil und legt dann auch gleich mal los. Castello Estense, Ferrara 1495. Das ist ja das Schloss Estense, wenn ich das hier richtig übersetze. Castello ist doch Schloss, oder? Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das genau wisst. Sind wir hier im Knast? Das sieht ein bisschen aus wie eine Gefängniszelle. Okay, wir haben hier wieder das Tutorial. Das kennen wir schon. Ja, das mache ich jetzt hier einfach mal. Na, wer bist du denn? Nicht ganz gesprächig, der Kumpel, aber eine Schriftrolle oder was da drin? Gucken wir mal. Eine Röhre. Lederbehälter. Was ist denn das für ein Lederbehälter? Wir schrauben mal den Deckel ab und haben einen Brief hier drin. Mysteriöser Brief. So, dann schauen wir uns mal an, wer uns da geschrieben hat. Ja, linke Maustaste kann man halten zum scrollen. Lese die folgenden Zeilen sorgfältig, weil dieser Brief dein Weg in die Freiheit ist. Nur auf der anderen Seite dieser Mauern kann dein Name reingewaschen werden. Wir haben dafür gesorgt, dass die Wache den Bereich um deine Zelle für eine Weile nicht beobachtet. Du sollst wissen, dass du diese Gelegenheit kein zweites Mal bekommst. Keine Sorge, wir sind auf deiner Seite. Du wirst deinen Weg nach draußen am Ende dieses Briefs finden. Und hier ist ein Schlüssel, den wir aus dem Band wickeln. Sehr schön. Da hat uns jemand also gleich mal einen Schlüssel mitgegeben. So, hier kann man zurückklicken. Ja, das ist wie beim ersten Teil. Das kennen wir ja. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen schneller unterwegs. Klicke doppelt auf die Tür, um zu zoomen. Und jetzt können wir den Schlüssel im Inventar zur Niete bewegen. Das möchte ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber ich komme hier gar nicht mehr weg. Ich hätte mir gerne den Raum mal angeschaut. Okay, jetzt ist hier das Schlüsselloch. Kann ich mich jetzt nochmal umgucken? Ich möchte einfach nur mal gucken, was hier los ist. Hier sind auch so Zeichnungen vom Schlüssel. Kann das sein? Achso, da kommt man tatsächlich, wenn man hier jetzt doppelt klickt, wieder an die Tür. Okay, ja, haben wir unsere Zeit wahrscheinlich verbracht. Haben jeden Tag an der Wand angemalt. Womit auch immer wahrscheinlich mit einem kleinen Stein. Hier sind auch noch irgendwelche Zeichnungen. Aber damit können wir nichts anfangen. Das ist jetzt einfach nur mal so. Schließen wir mal die Tür auf. Richtung. Und das ist wohl dann unser Weg in die Freiheit. Oder noch nicht ganz. Eine Kette, da können wir gleich dran ziehen. Hier ist auch noch was. Ah, ja. Ah, da hängen wir bestimmt was ein, oder? Da hängen wir bestimmt die Tür ein. Was haben wir hier noch? Nichts, nicht. Sieht aus, als ob man da drücken könnte. Geht nicht. Ja, dann mal kurz hier hin. Oh, die Luke ist zu schwer. Dann haken wir das hier doch irgendwie ein. Aber wie können wir das einhaken? Ja, die Luke ist zu schwer. Das habe ich verstanden. Aber dann müssen wir mal gucken, wo wir das hier ranhängen können. Kann man hier schon irgendwo was rausziehen? Oder können wir das hier durchfädeln? So richtig anschließen kann man das nicht. Jetzt kann ich die Luke auch nicht mehr bewegen, oder? Was haben wir denn noch hier hinten? Ach, gar nichts weiter. Okay. Dann lasse ich das mal nicht ganz so weit runter, sondern versuche das mal jetzt hier ranzuziehen. Geht das? Ah, nicht so ganz. Hier ist noch was. Da kann ich aber noch nichts drehen. Rücken kann ich auch nicht. Geht vielleicht noch nicht. Ja, dann ist das erste jetzt tatsächlich diese Kette hier irgendwie an die Luke zu bekommen. Aber ich muss schauen, mit welcher Stelle. Oder hätte ich das vorher da schon so ein bisschen hinlegen müssen und dann noch mal? Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich greife das jetzt noch mal so. Ja, das ist noch nicht lang genug, denke ich. Machen wir das noch mal so. Und jetzt hier ran? Irgendwie so? Ich kann es nicht kombinieren. Oder ist hier noch irgendwas? Nicht wirklich. Wenn ich die jetzt länger mache, rutscht das dann zufällig richtig da rein? Das geht gar nicht länger. Äh, das ist ja abgefahren. Also... Ich kann es nicht einhaken. Ich kann nicht näher ran. Was sagt denn der Hinweis? Der Flur vor der Tür ist ziemlich schmal. Ich vermute, ich finde etwas, das mir weiterhelfen könnte. Oder... Moment. Muss eventuell... Moment, das wollte ich nicht. Muss eventuell die Kette hier ran. Das könnte doch auch sein, oder? Können wir die nicht hier einfach ans Fass ran machen? Ach, ich kann die gar nicht mehr greifen. Na, das geht ja super los hier. Ja. Da bin ich jetzt schon endgültig verwirrt, weil sich das hier nicht kombinieren lässt. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen hoch mache... Und dann soll das da irgendwie so ein bisschen reinpflucken, aber passiert nicht. Was gibt's denn hier noch mit dem Hinweis? In der Nische links neben der Treppe hat etwas geschimmert. Oder war das nur ich? In der Nische links neben der Treppe... Oh! Guten Morgen. Naja. Irgendwas ist ja immer, die seltsam geformte Schraube. Gut, die können wir jetzt sicherlich kombinieren. Bestimmt mit dem Teil. Oder hiermit. Aber wir gucken uns die mal ganz kurz an. Ach, nein! Nein! Das hilft uns sicherlich hier, das Fass zu benutzen. Oh! Was haben wir hier? Das können wir auseinandernehmen. Ein Greifhagen, oder? Teil eines Folterwerkzeugs. Ach du meine Güte. Gut, das kann man kombinieren. Dafür haben wir hier das Plus-Symbol. Das kennen wir auch aus dem letzten Teil. Kann man das kombinieren? Nein. Das auch nicht. Ich würde jetzt denken, dass man das mit dem... mit dieser Kette verbindet. Na, gucken wir mal. Weil... Oder... Ja, Schraube das zweite Teil des Werkzeugs an. Ist das der... Ach, oben drauf. Okay. Okay. Gut. Jetzt haben wir ein Folterwerkzeug. Super. Ja, wisst ihr Bescheid? Möcht gar nicht wissen, was da mitgemacht wurde. Und, äh... Ja. Wahrscheinlich kommt das jetzt da ran. Okay. Und jetzt die Kette. Die ist jetzt natürlich wieder etwas zu kurz geraten. Und wieder da ran. Okay. Okay. Sehr schön. Können wir auch die Luke hochheben? Oh. Hoppala. Oh nein. Etwas hat das Scharnier des Hebel zerstört. Ich war's. Verdammt. Ist das jetzt hier irgendwo runtergefallen? Na super. Da ist wieder alles kaputt gegangen. Können wir hier in der Ecke noch was gucken? Nee. Also das Ding ist jetzt auf jeden Fall im Eimer. Kann ich das hier rausziehen? Nee. Hier muss jetzt wieder was rein. Ich brauche was, was ich da rein machen kann. Vielleicht jetzt hier wieder im Raum. Da lag doch was auf dem Boden. Hier, ein Löffel. Holzlöffel. Dann hoffen wir mal, dass der Löffel jetzt hier hilft, ne? Man muss sich nur selber zu helfen wissen. Oh, ich hoffe das hält. Schnell durch. Wir sind jetzt in der Kanalisation, würde ich sagen. Okay. Ja, dann tauchen wir mal ab. Diese Wasserspeier. Die sehen immer echt beeindruckend aus. Bisschen gruselig. Aber hübsch hier. Ich glaube nur, es riecht etwas streng. Aber das merken wir jetzt ja nicht. Was haben wir denn hier alles? Oh, da drüben. Da ist die Lupe schon mal. Haben wir hier was? Einfach nur eine Fackel, die nicht brennt. Hier ist auch was. Da kommen wir aber nicht ran. Na gut. Gehen wir mal rüber. Ein Rad. Wenn wir da dran drehen. Hier können wir. Und dann. Dass hier wirklich keine Wache unterwegs ist. Wie auch immer die abgelenkt wurden. Aber ich möchte mal hier rüber, weil hier ist ja auch noch was. Ach okay. Oder es ist der komplette Bereich. Das kennen wir ja schon. Es wird mehr angezeigt. Also mehr. Ja, man kann hier mehr ranklicken. Aber man landet trotzdem im gleichen Bereich. Okay. Ist das Eis? Ist das dann... Das ist Schnee hier die ganze Zeit. Wir haben Winter. Oha. Oh Gott. Ich hoffe, wir haben genug an. Könnte frisch werden. Oh, ich wollte gar nicht raus. Also hier drüben. Da liegt auch so ein komischer Kopf drin. Hier liegt irgendwas. Gehen wir mal hier hin. Okay. Der Schalter ist ganz schön eingefroren. Da kommen wir nicht rüber. Da ist eine Kiste. Und hier kann man sich am Pranger stellen. So, können wir hier was machen? Schieben? Nein. Rücken auch nicht. Hier unten. Ah ja. Tada. Gold und Silber besetztes Objekt. Das können wir irgendwo ransetzen. Sonst noch was? Ich denke mal, das brauchen wir jetzt hier oben. Ah. Lässt sich das jetzt öffnen? Oder muss hier noch mehr geschoben werden? Uh, schick. Ein Brief. Giacomo. Vielleicht findest du die Ereignisse, die dich erwarten, seltsam und unergründlich. Akzeptiere sie so, wie sie sind. Du wirst später alles verstehen, wenn wir uns treffen. Du musst mir vertrauen. Es ist Zeit, das Rad der Zeit zu drehen und nicht zuletzt dein eigenes Schicksal zu ändern. Deine Freiheit liegt in deinen Händen. In der Schachtel vor dir ist ein Gerät, das es dir erlaubt, in die Vergangenheit zu sehen. Und durch deine Taten dort wirst du die Gegenwart beeinflussen. Du kennst mich noch nicht, aber ich kenne dich sehr gut. Wir werden uns bald treffen. Ein Freund. So, hiermit können wir dann, ja, uns gleich mal noch einen besseren Eindruck verschaffen, wenn wir das hier irgendwie lösen. Oder, ach hier. Verzierter Messingkegel. Setzen wir mal drauf. Wir kriegen jetzt also sicherlich gleich unser Okuli Tempus, richtig? Kann ich hier... Ah, ich kann drücken. Ui. Okay, wir müssen das richtige Bild hier bekommen. Achso, oben ist fixiert. Das heißt, wir müssen uns dann an der obersten Reihe orientieren. Na, noch eins. Nimm das Gerät aus der Truhe. Okulus Perpetua. Aha. Jetzt sieht man mal, wie groß das Teil ist. Durch das Okulus Perpetua kannst du ein Portal sehen, das sich in die Vergangenheit bringt. Geh näher. Ach was. Also, wir sehen jetzt hier, wir sind 1495. Das hatten wir am Anfang auch schon gesehen. Und jetzt haben wir hier auch den Mond. Weiß nicht, ob das für die Nacht steht. Können wir jetzt Zeit reisen? Als ich näher kam, erschienen pulsierende Strahlen um das Portal. Als reagierten sie auf die Nähe des Okulus Perpetua. Achso, ich muss die linke Maustaste in der Mitte des Portals gedrückt halten. Bis es sich in die Verg- Nicht kaputt ist. Das kann ich irgendwie verwenden. So, ja. Ok. Also. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier so ein Standbild. Aber wir können jetzt... Ach doch. Tatsächlich kann man sich hier dann auch frei bewegen. Ich habe gedacht, wir könnten nur... Nur Dinge sehen. Aha. Das wird interessant. Das sage ich euch. Unglaublich. Durch das Abstellen des Wassers in der Vergangenheit bleibt die Brücke in der Gegenwart intakt. Ja. Wir verändern Dinge in der Vergangenheit und bleiben aber in der Gegenwart. Das ist abgefahren. Das Portal hat sich geschlossen. Somit sollte ich in der Gegenwart weitermachen. Na, dann gucken wir mal, was wir hier sehen. Ein Steinkopf. Kann man das hier aufmachen? Na, den kann man ja irgendwo ransetzen. Wollt gar nicht weg. Ich wollte mal schauen, ob hier am Ende der Brücke noch was ist. Aber ich kann mich gar nicht weiter umgucken. Gut. Dann muss der Steinkopf irgendwo hin. Vielleicht hier drüben rein. Gehen wir hier lang. Oh. Ein Geheimgang. Da geht es nicht lang. Gehen wir hier lang. Also das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Meine Güte. Das ist ein echt schöner Start. Das ist richtig spannend hier. Ne, raus. In die Kälte. Oh oh. Der Wachmann. Na. Ich bin gar nicht da. Hier ist niemand. Genau. Geh mal woanders hin, bitte. Ja, jetzt, jetzt. Genau. Hier war nichts zu hören. Auf der anderen Seite der Straße hat sich gerade eine Tür geöffnet. Da werden wir sicherlich gleich reingehen. Aber ich möchte mich kurz umschauen. Sieht voll gemütlich hier aus. Ich habe gerade irgendwie Lust auf Skyrim. Jetzt noch wem so. Das ist echt schön hier. Ach, guten Tag. Wir verstehen uns ohne Worte. Ja, machen wir mal weiter. Ja, ist interessant, dass das hier mit Audio-Ausgabe ist. Achso, ich muss lange drücken. Okay. Geh näher an das Notizbuch und nimm es auf. Dann schauen wir da mal rein. Okay, also man kann doppelt reinklicken, um rein zu zoomen. Castello Estense, Ferrara. Und klicke zurück, um es wieder zu schließen. Aber ich möchte ja tatsächlich lesen, was hier steht. Ich möchte das noch nicht schließen. Aber damit ich das hier oben sehe, mache ich das kurz. Wir werden natürlich niemanden enttäuschen. Aber ich werde noch kurz ins Notizbuch gucken, wenn ich hier die Chance bekomme. Auf jeden Fall wartet Leonardo aber auf uns in der Kirche von Santa Maria delle Grazie. So, wie komme ich hier wieder weg? Gar nicht. Muss ich jetzt hier raus? Dann gehen wir raus. Ja, wir werden sicherlich gleich noch eine Runde baden gehen. Damit wir hier frisch gebürstet und gestriegelt dem Meister gegenüber treten. Und das ist jetzt unsere Reise nach Mailand. Santa Maria delle Grazie, Mailand 1495. Kann ich bitte ins Notizbuch gucken? Kann ich. Oh Wahnsinn. Guck mal, da ist echt jede Menge Text. Schauen wir mal rein, was hier schönes steht. Heute wurde ich durch ein merkwürdiges Ereignis aus der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit gerissen. Ich erhielt einen Brief von einer unbekannten Person, die mir half, meiner Freiheit zurückzuerlangen. Ich habe keine Ahnung, wer dieser geheimnisvolle Retter ist oder was ihn antreibt, mir zu helfen. Meine Reise setzt sich in der Kanalisation unter Castello Estens fort. Ich fand einen Brief, dieses Mal von jemandem unterzeichnet, der sich selbst ein Freund nennt. Er behauptet, mich zu kennen, aber ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Zusammen mit dem Brief hinterließ er mir ein außergewöhnliches und mächtiges Werkzeug, das Oculus Perpetua, welches mir erlaubt, in der Zeit zurückzureisen und die Vergangenheit zu manipulieren. Cesare Borgia, er ist also mein Befreier. Il Valentino, wie viele ihn nennen, ein rücksichtsloser, mächtiger Politiker und Soldat und wahrscheinlich die letzte Person, mit der ich in Verbindung gebracht werden möchte. Ich muss für meine Freiheit bezahlen und in die Dienste von Leonardo da Vinci aufgenommen werden, ihn ausspionieren und sicherstellen, dass er ausschließlich für Borgia arbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, aber die Erinnerung an das dreckige Loch in Castello Estens macht die Entscheidung für mich sehr einfach. Ich werde tun, was er verlangt und um jeden Preis in die Dienste von Leonardo da Vinci treten. Ich gehe nie wieder zurück ins Gefängnis. Wir sind also auf dem Weg, ein Spion zu werden, um Gottes Willen. Naja, ist halt so. Jeder hat sein eigenes Schicksal und wir können jetzt hier in Mailand weitermachen. Dann gehen wir doch mal direkt nach Mailand. Okay. Sieht hübsch aus hier. Das kann man doch mal, ja, besuchen. Das ist hübsch. Hier komme ich nicht nach links, nach rechts. Da ist eine Tür, da komme ich aber auch nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Ja, dann, äh, hallo. Dann werden wir uns doch mal bemühen, die Prüfung zu bestehen. Das ist all I will say for now. Well, I suppose I should wish you, like I wished all those before you, good luck and more importantly an open mind. If you prove to me that you are worthy to be my apprentice, I will meet you again on the other side of the Labyrinth. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ja, schauen wir mal, ob wir die Rätsel lösen können und am Ende als Lehrling akzeptiert werden. Hier ist gleich mal ein Rätseltisch. Ach nein, und ein Brief noch. Dieses Kloster wurde kürzlich saniert, wobei ich durch die Verwendung einiger meiner Erfindungen maßgeblich beteiligt war. Aus diesem Grund erlaubte mir der Klostervorsteher, diesen schönen Garten als Schauplatz für meinen Test zu nutzen. Es besteht aus einer Ansammlung von Gegenständen, Werkzeugen und Vorrichtungen, die aus den Lagerbeständen des Klosters ausgeliehen wurden. Für jede Aufgabe habe ich sie in Mechanismen und Denkaufgaben umgewandelt. Ich möchte sicherstellen, dass du aufmerksam bist, das Wesentliche wahrnimmst und logisch denken kannst. Gelange auf die andere Seite des Labyrinths und ich freue mich, deine Dienste anzunehmen. Ja, also werden die grauen Hirnzellen hier wieder mal gefordert. Das sieht doch hier schon nach irgendwas aus oder auch nicht. Hier brauchen wir was zum Einsetzen. Ich kann ja mal hier gleich unser tolles Werkzeug benutzen. Und schaut mal, da ist doch gleich was zu sehen. Okay. Gucken wir uns mal um. Hier, da liegt was. Ach, das kann man drehen. Das ist ein Schloss oder sowas, oder? Das soll... Ja, hier, na klar, es ist ein Schloss. Da brauchen wir dann sicherlich auch noch was zum... ...zum reinstecken. Hier ist auch noch ein bisschen was. Ja, müssen wir uns jetzt mal umschauen, was wir ja alles so für verschiedene Rätsel haben. Wir haben hier immer wieder verschiedene Formen und müssen sicherlich die richtigen Formen in die Mitte bringen. Vielleicht sind es immer die gleichen Formen. Das können wir ja mal ausprobieren. Das ist schon mal nicht. Aber, ja, ich meine, das sind so viele. Da gibt es so viele Varianten, da brauchen wir sicherlich irgendwo noch einen Hinweis. Denn mehr ist hier ja nicht. Was haben wir denn hier noch alles? An dem Stuhl? Hier? Aha. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist auch noch was zum Schieben. Kann ich das jetzt rausnehmen? Eine Scheibe mit römischen Zahlen. Mal gucken, wo wir die dann einsetzen. Es sieht eigentlich auch so aus, als ob man das hier irgendwann dann schieben kann. Hier geht jetzt nichts weiter. Aber wie sah die Rückseite jetzt hier aus? Okay, nee, die kann nicht auf den Tisch in der Vergangenheit. Äh, nee, in der Gegenwart, so rum. Was haben wir hier? Ich habe eigentlich auf den anderen Stuhl geklickt, aber egal. Hier kann man noch nichts drehen. Kann das hier ran? Nein. Aber das muss sicherlich dann auch am Ende irgendein Bild ergeben. Und dann löst sich hier ein Schloss. Irgendwas hier noch an irgendeinem Stuhl? Hier oben? Auch nicht. Aber guck mal, das Notizbuch, das leuchtet wieder. Okay, lesen wir mal hier. Santa Maria delle Grazie, Mailand, 1495. In meinem Kopf spielte sich die unangenehme Begegnung mit dem Herzog während der gesamten Reise nach Mailand immer wieder ab, bis ich schließlich an meinem Ziel ankam, dem Kloster Santa Maria delle Grazie. Ich war überrascht, dass der Test im Garten des Klosters stattfand, der vom frischgefallenen Schnee bedeckt war. Ich hätte so etwas erwarten sollen. Schließlich sagt man, dass Leonardo Überraschungen liebt. Ich wurde vom Meister selbst begrüßt, aber ich muss meine Enttäuschung eingestehen. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, da er von einem Balkon aussprach und schlechte Laune zu haben schienen. Egal, ich muss mich auf den Test konzentrieren. Ich darf nicht versagen. Was ist das? Achso, das ist der Brief, den ich jetzt vorhin schon vorgelesen habe. Der ist jetzt hier mit abgelegt und die anderen Seiten sind noch nicht beschrieben. Dann gucken wir uns weiter um. Das passt das hier ran natürlich nicht. Der Gegenstand passt nicht. Das stand jetzt gerade auch noch da. Das ist schön. Ich denke mal, dass wir dann hier lösen müssen, was stimmt. Aber interessanterweise sind hier wieder andere Symbolen. Oder habe ich das vorhin nochmal gedreht? Ich habe das doch nicht nochmal gedreht, oder? Das hat sich jetzt selber zurückgesetzt. Ich hatte doch das Symbol. Haben wir denn hier irgendwas Besonderes? Also, ich habe halt noch kein anderes Symbol gesehen. Was ist denn hier oben eigentlich? Wenn ich jetzt da nochmal rübergehe. Ist denn hier oben irgendwas zu sehen? Da kommt man nicht ran. Ist hier irgendein Symbol? Ein Teil des Mechanismus des Tores fehlt. Ja. Wir haben nur diese Scheibe mit den römischen Ziffern. Hier an den Stühlen ist gerade nichts. Eventuell können wir die ja auch in der Gegenwart nutzen. Kann ich hier denn nochmal weg? Eventuell müssen wir ja in der Zeit springen. Ja, guck mal. Vielleicht hier direkt jetzt. Gucken wir mal. Weil da ist es nämlich offen. Aha. Oh Gott. Also wir müssen... Äh, nein. Es dreht sich zurück. Was war denn das? Ich wollte das doch weiterbringen. Wir müssen wahrscheinlich öfter dann in der Zeit springen. Hm. Also da bewegt sich der Moomtopf und wird immer... ...durch die Pflanze da wieder zurückgezogen. Weißt, die Pflanze muss weg. Weil ich das hier wieder... Ah. Ah. Okay. Aha. Das male ich mir mal kurz auf. Weil mein Kurzzeitgedächtnis natürlich nicht so ausgeprägt ist. Das ist dann die Lösung. Okay. Ich male mir das kurz auf meinen kleinen Schmierzettel hier nebenan. So, so, so. Sieht vielleicht nicht ganz so aus wie hier. Aber dann weiß ich, was ich da einrichten muss. Dann können wir jetzt auch wieder hier in die andere Zeit. Das ist tatsächlich dann alles ein bisschen herausfordernder, würde ich glaube mal behaupten. Okay, oben links kommt das Viereckchen. Ohne Füllung. Oben rechts das Weileck. Oh. Hier Stern. Okay, unten rechts war schon das Richtige. Achso, und hier. Guck mal, die Pflanze ist diesmal gar nicht so weit nach oben. Heißt, ich kann das bewegen. Nein. Oder ist da jetzt unten dieses Schloss ein Problem? Ach, jetzt rutscht das wegen dem Schloss wieder zurück. Sehe ich das richtig? Tatsächlich. Ich muss dieses Schloss irgendwie lösen. Wenn ich das jetzt hier wieder zumache, kann ich das überhaupt wieder zumachen? Wartet mal. Also ich kann es gar nicht wieder zumachen. Doch, kann ich. Aber es ändert irgendwie nichts. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ich gehe nochmal in der Zeit zurück. Und ich glaube, es ist schon wieder was im Notizbuch passiert. Das blinkt nämlich schon wieder auf. Kann ich denn nicht irgendwie diese Pflanze hier so ein bisschen kürzen? Ach, guck. Oh Gott, was ist denn hier alles los? Das Rad ist zu hoch für mich. Ja, man sollte hier auch oben schauen, was so los ist. Ist was hinter dem Kissen? Das sieht doch auch so auffällig aus, oder? Mhm. Eine Gebetsnuss. Was haben wir da drin? Sternförmige Kurbel. Kann man die... Die kann man auf dem Tisch einsetzen. Das sind genau die beiden Formen, die wir brauchen für den Tisch. Nichts sollte ich dann erstmal kurz hier hin. Mal näher ran. Was passiert? Hier, das ist doch der Baum, der auch an dem Zaun dran hängt. Können wir die aufklappen, oder so? Oh, man kann... Man kann überall mal drücken. Kann ich noch irgendwo drücken? Ziehen. Ei, ei, ei. Ah, hier, da sind... Symbole. Okay, ähm... Wahrscheinlich, also um das hier irgendwie rauszuziehen. Wenn man es rausziehen kann, muss man die richtigen Formen hier übereinander legen, oder? Wie ist das zu sehen? Hier haben wir zwei goldene Kringel und diese silberne Raute. Zwei silberne Kringel, eine andere Form. Zwei silberne Kringel, auch eine andere Form. Ähm... Also vielleicht so... Haben wir den noch? What? Also wahrscheinlich muss man das wirklich an die richtigen Stellen schieben. Aber so richtig... Bin ich da noch nicht sicher, ob das so passiert. Kann man hier nochmal oben rauf gucken? Nee. Also wo haben wir denn... Wir haben hier zwei silberne Ringe, dann hier eine Raute und einen Kreis. Das wäre ja eigentlich schon das hier, oder? Wir haben hier zwei silberne Ringe. Hier rein theoretisch steckt ja auch irgendwo eine Raute drin und halt... Also und hier so ein Oval. Sagen wir es mal so, dann... Sollte... Moment, das hier nicht. Hier, das sind bestimmt die Formen. Hier. Da brauchen wir zwei silberne. Und einfach nur ein Viereck. Hier, das mit dem Kreis. Ja. Okay, also ungefähr die Formen wählen und dann passt das. Eieiei. Und hier ein Schiebespielchen. Wir haben komplett Rot und Weiß und nur Rot. Halb, halb. Weiß, rot. Geteilt. Ja, kann viel bedeuten. Oh, man kann das drehen. Aha. Aber was ist das jetzt hilft? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Oder... Guck mal, im Hintergrund ist das hier mit dem Baum zu sehen. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Das heißt also, wahrscheinlich soll das hier dann darstellen, was alles rot sein soll. Also voll ausgefüllt sein soll. Oder das hier. Und die dann weiß. Was haben wir denn hier mehr? Die sind von beiden Seiten. Kann man die auch noch drehen? Also ich bin mir halt nicht sicher, ob das hier oben jetzt halt weiß sein soll. Oder... Rot. Aber ich drehe das mal, weil es wirkt auf mich jetzt schon so, als ob das nur so rum passen kann. Oder auch nicht. Also weiß geht da nicht. Oh Gott. Oh Mann, man kann alles drehen hier. Oh. So. Vielleicht ist es das. Aber warum gibt es denn hier noch andere Farben? Hm. Probieren wir es mal so. Zumindest passen die ja hier übereinander. Es scheint jetzt, ob die Kugeln des Abakus auf eine bestimmte Weise angeordnet sind. Und ich werde das in mein Notizbuch zeichnen. Okay. Das war jetzt auch schon korrekt. Nicht schlecht. Was steht denn hier noch im Notizbuch? Ach, das ist die Zeichnung. Ach, das ist praktisch. Gut. Also wir haben hier einmal das mit der Lösung. Hätte ich mir gar nicht auf meinen Schmierzettel malen müssen. Sondern hier haben wir es auch drin. Und hier haben wir auch die Anordnung der Kugeln auf dem Abakus. Und hier haben wir das nächste. Ein Teil eines Mechanismus. Das kann man dann irgendwie irgendwo mit zusammensetzen. Geht das hier mit? Nee, das passt nicht. Stand auch gerade da. Aber gut. Das finden wir auch noch raus. Aber wisst ihr was, ihr Lieben? Wir machen jetzt erstmal an der Stelle ein Päuschen. Die Folge ist ja schon recht lang für die erste Folge. Ich wollte nur nicht am Ende des Kapitels schon aufhören. War gerade so gut dabei. Aber jetzt ist es Zeit. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei. Ihr könnt mir ja mal einen Kommentar da lassen, wie euch bisher der zweite Teil von The House of Da Vinci gefällt. Und ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.